Hallo, 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 herzlich willkommen zum normalen Let's Play von Shakespeare, willkommen herzlich, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich, hallöchen. Es sind noch viele Fragen aufgetaucht, von wegen bei der Challenge und so weiter, ich habe übrigens wieder Server 22, Server 23, Server 2 UK an der Stange, beziehungsweise am Start hier. Es sind noch viele Fragen aufgetaucht zu der Challenge, deswegen dachte ich mir, ich mache mal so ein Video, wo ich nochmal kurz die wichtigsten Fragen alle beantworten. Es ist mein Trank des ewigen Lebens ausgelaufen, was ist denn hier los? Ja, ist aber. Und zwar sind halt einige aufgetaucht und es ist auch ein Fake aufgetaucht in den Kommentaren, der sich mit meinen Namen da ausgibt, mit meinem Logo, also bitte achtet darauf, ihr geht, wenn ihr eine Antwort von mir seht, schaut bitte darauf, ob ich das auch bin, indem ihr einfach über meinen Namen geht mit eurer Maus, dann seht ihr dann, wie viele Abonnenten ich habe. Wenn einer mit drei oder null Abonnenten ist, das bin ich meistens nicht, weil ich habe ein paar mehr. Ja, ich habe natürlich sehr viele. Nein, es geht einfach darum, passt auf, was da geschrieben wird und wenn Faker unterwegs sind, dann passiert halt so eine Scheiße. Was, haben wir da was fürs Klöchen, Popöchen? Natürlich, reinge... das war schon drin. Da war auch nicht drin, okay. Erstmal schauen, was wir für Items noch unserer Begleiter geben müssen. Also werde ich kurz das Ganze ansprechen, was für Fragen noch aufgetaucht sind und ich versuche natürlich alle zu beantworten. 492, ein schönes Update hier, 499, das ist für den Stärkeboy namens Krieger. Übrigens, meine Stimme ist leicht angeschlagen, ich weiß gar nicht wovon, ich bin etwas heißer, deswegen werde ich etwas leiser sprechen, wenn das soweit akzeptabel ist. 499, das passt auch soweit. Das ist alles im grünen Bereich und so ist es natürlich wunderbar, wunderbar. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Es riecht ja alles, was schon ein Klöchen, Popöchen war. Wir werden jetzt kurz den Waffenladen, Zauberladen kurz vorbeischauen. Und du deinen Trunk des ewigen Lebens gönnen, wir haben keinen, wunderbar. Dritter, äh, 8.3., nicht dritter, 8.8., 8.3., 29.1., 29.1., eigentlich das schon gerade, 2016 oder was? Nein, 2015 und 19.1., das passt soweit alles. Wir gehen mal in die Arena, übrigens, wie gesagt, es war 22, da bin ich so 336, ja ist okay, ne? Also die wichtigsten Fragen sind schon mal, die aufgetaucht sind, darf man seine E-Mail bestätigen, validieren und die 10 Pilze einkassieren? Darf man, diese Pilze darf man frei verwenden. Das wichtigste ist, man darf eben 0, 0 spendbare Pilze haben, das bedeutet kein, keine Flimmerkisten, so heißt das Wort, und keine Pilze aufladen. Es müssen hier stehen, 0 spendbare Pilze und man kann es auch einsehen, wenn irgendjemand schummelt, irgendwo anders in eine Gilde was reinpostet, beziehungsweise irgendwo Pilze auflädt, die dann in eine andere Gilde rein kloppt oder irgendwas, das sieht man, Leute. Da müsst ihr darauf achten, wirklich 0 spendbare Pilze, nur die Pilze, die man durch die Quests bekommt und die 10 Pilze durch die E-Mail-Validierung, die darf man verwenden in diesen 14 Tagen. Wie man die verwendet, ist eure Sache. Das ist schon mal eines der wichtigsten Fragen, die gestellt wurde, oder die meiste Frage, die gestellt wurde, ob man das Ganze validieren darf, darf man, das passt, muss man ja eh, um zu spenden, in die Gilde, weil wir wollen ja die Gilde ausbauen. Ebenso ist eine Frage aufgetaucht, von wegen, ja, wenn ich jetzt schon angegriffen werde, was ist denn da, Erfahrung und so weiter, das ist kein Problem, das kann ruhig passieren, das Wichtigste nur, dass ihr nicht angreift. Ihr dürft nicht angreifen, also niemanden angreifen, einfach registrieren, nichts machen, E-Mail validieren, fertig. Das ist der Plan, keine Startware, kein Nichts und kein Angreifen, das Gold, was ihr zum Anfang habt, könnt ihr von mir aus verskillt, das ist mir wurscht, aber eben der Rest nicht. Was haben wir hier? Daniel, bewerte mich mal bitte. Ja, natürlich, wenn du mich so nett anschreibst, werde ich dich auf jeden Fall bewerten. Was haben wir hier noch? Jo, du nicer Boy. Hi Lars, wollte sagen, dass deine Videos auf YouTube richtig nice sind. Ich schaue, und ich schaue dich jetzt seit Folge 93 jeden Tag. Dankeschön. Ich feiere nicht nur Shakespeare, sondern auch Kork, hihihi, Kork, er hat Kork gesagt. Ich hoffe, du machst weiter so. Ich wollte dich noch um eine kleine Charakterbewertung bitten. Der LTB-Sammler, natürlich LTB-Sammler, wir schauen mal eben, du bist Stufe Nummer 287, hast ein SA von über 100%, läuft bei dir auf jeden Fall. Da fehlt ein Trank des ewigen Lebens, genauso wie bei mir, der ist der ausgelaufen, mein junger Freund. Ja, itemmäßig sieht alles auf jeden Fall brauchbar aus, du hast alles in Gold, außer, du hast keine Freund, du sollst dir ein paar Leiden, ich hab nämlich mindestens zwei. Von den Werten, als Intelligenz-Boy, was haben wir denn hier? Ja, okay, das ist alles noch im grünen Bereich. Ich würde ein Ticken mehr Ausdauer ausgehen, sonst passt das und denk daran, das kommt nicht gut, dieses Juwel in der Kopfhaut drin, das sieht richtig schwul aus bei so einem Dämon. Na, egal, du hast hören, was passt. Sonst, irgendeine Nachricht noch zum Vorlesen? Jo, du nicer, aber hatten wir gerade eben, das sind alles so alte Nachrichten, wie man sieht. Die älteste Nachricht ist hier vom zweiten, ersten, ja, ist ja so alt, Lars, so alt, wir schauen mal eben, was der geschrieben hat. Ja oder nein, da würde ich mal sagen, nein, ich weiß nicht, worum es geht, Entschuldigung, ich lehre mal die Post, könnt ihr mir wieder auf Server 22 schreiben, weil es wohl wieder regelmäßig hier auch Let's Plays geben wird, das normale Let's Play wird wieder fortgesetzt, ich denke mal, alle zwei Tage. Meinung dazu auch gerne, in die Kommentare below. Ja, also wir haben E-Mail-Validierung abgehakt, wir haben abgehakt von wegen, was man machen darf und was nicht, man darf auch keine Tränke kaufen, nein, darf man nicht. Darf man nicht, man darf auch keine Items bunkern, man darf nur das Gold verskinnen, was man zum Anfang hat, man darf sonst nichts machen. E-Mail validieren und das Gold verskinnen zum Anfang, mehr ist nicht drin, meine jungen Damen und Herren, mehr ist nicht möglich. Dann fragen sich auch viele, Lars, wie komme ich denn jetzt in die Gildi, was passiert da? Ganz einfach, ihr habt das Amular, äh, das Amulett ausgefüllt, genau, das Formular habt ihr ausgefüllt, heute spreche ich echt schon nur Scheiß, Entschuldigung. Ihr habt das Formular ausgefüllt und dann seid ihr in einer Liste drin. Das Wichtigste ist noch, dass ihr den Link benutzt, ganz einfach, damit es getrackt wird, äh, wird. Warte, ich kann heute nicht sprechen, Entschuldigung. Und wenn ihr euch angemeldet habt, über den Link, wurde ihr getrackt, ebenso steht ihr durch das Formular in der Liste drin. Und wir greifen halt eben den Kollegen an. Der sieht richtig lustig aus, der gefällt mir, der gefällt mir doch sehr stark, der Kollege hier, das gefräßige Großmord. Das ist übrigens, äh, Akt 3, Eben 9, 28, hab ich schon geschafft, man bin nicht gut. Und dann gibt's ne Liste, ihr habt ja angekaut, von wegen Lieblings-YouTuber. Ich werde ganz einfach auslosen und werde dann so auslosen, dass die Gilden voll gemacht werden. Immer der Name, äh, den ihr rausgesucht habt, quasi als Liedlings-Netzperr, den ihr angegeben habt, da kommt ihr in die Gilde rein oder habt ne Chance da reinzukommen. Und wenn die Gilden dann halt eben voll sind, müssen wir gucken, wie wir das Ganze machen. Weil, wenn alle jetzt zum Beispiel nur das Zuschauer-LP, ist ja logisch, wenn ich jetzt nur das Zuschauer-LP auslose. Ich hoffe, ich verstehe das, ich werde auf jeden Fall Zufallsprinzip laufen lassen. Das bedeutet, jeder hat die gleiche Chance, in die Gilde reinzukommen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie meinen, von wegen, äh, das ist ja alles hier, das ist ja alles Schiebung und so weiter. Nein, das sieht randommäßig ausgelost. Ich hab ja, es wird ganz, das ist ja ganz alles durchnummeriert, von wegen, wer sich angemeldet hat. Und ich zieh dann Zahlen, oder lass zufällig durch random.org Zahlen mir geben und werde dann dadurch die Leute raussuchen. Und quasi durch die, durch das Angekreuze von Lieblings-Let's Player kommt ihr in die Gilde rein, was ihr als Lieblings-Let's Player angegeben habt. Wenn zum Beispiel jetzt einer zieht, er hat, beziehungsweise gezogen wird, oder, ist ja kein Pack-Opening hier. Wenn einer quasi ausgewählt wird und er will in die Gilde von Zuschauer-LP, also von mir, und von Gorgos. Und meine Gilde ist voll, dann kommt er automatisch in die Gilde von Gorgos. Ich hoffe, ich verstehe das Prinzip, so wird das Ganze laufen und so geht das Ganze ab. So, ich werde meinen Greifendrach mal, den Drachen mal eben verlängern, weil da irgendwie, ne, okay, das passt. Arena, das ist auch soweit alles, im grünen Bereich. Alter, ich kann heute nicht sprechen, Entschuldigung, Leute, bitte, bitte, es tut mir leid. So, im Türmchen müssen wir auf jeden Fall auch noch einiges schaffen. Wir müssen erstmal die Gilde betreten und der letzte Kampf war, hier hab ich schon gezeigt, nein, die Kreuzritter. Wir sind lange Zeit nur noch Rang 2 hier auf Server Nummer 22 bei ZWC. Wir waren jahrelang Platz 1, aber wir wurden leider abgelöst von einer anderen Gilde namens, wie heißen sie denn nochmal? Sie heißen natürlich, Merlins Meister haben uns hart in den Arsch gefickt. Ich glaube, da macht der Krieger auf jeden Fall gut mit hier. Moment, wo ist der Krieger? Wo ist denn der Krieger? 337, war das der hier? Ja, da oben ist ein Krieger. Alle sagen ja, Krieger sind schlecht zum Anfang. Das stimmt, aber Endgame rotzen die alles raus. Der Fungamer ist es. Und der Fungamer, sogar Goldram, der hat den Drecksack, der fickt mich doch sehr hart. In den Popo ohne Spucke, da muss man echt aufpassen. So, haben wir das alles fällig? Wir müssen noch in den Turm mal vorbeischauen. Haben wir schon geskillt? Natürlich, nein. Wir müssen allgemein noch skillen. Unsere Begleiter sind geskillt, aber das ist noch nicht geskillt. Beziehungsweise unsere Attribute. Wir skillen natürlich ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Geschick. Ein bisschen Ausdauer. Alter, haben wir Gold. Das war ja Gold-Event, von daher skillen, skillen, skillen. Glück brauchen wir die Skill, denn ich habe 50% mehr, ist leider nicht drin. Von daher müssen wir da nicht mehr skillen. Skillen, 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 wie skillen, doch so gerne. Es macht doch so viel Spaß. Arena Cup, wir nochmal gegen Jay. Ohne Probleme. Boah, ist das knapp. Rang 21 ist auch okay. Wir betreten dann nochmal den Turm, machen da ein paar Tries. Ob jetzt hier was fällt, kann ich euch gar nicht sagen. Müssen wir schauen. Der Turm, da kleben wir schon sehr, sehr lange dran. Das letzte Epic-Gewend, wir haben auf Server 22. Ja, haben wir da geblättert, Epic-Gewend? Ich will gerade überlegen. Doch, ein bisschen. Ein bisschen haben wir geblättert. Server 2 UK ist beim letzten Epic-Gewend auf jeden Fall wieder dran. Da müssen wir wieder ein bisschen Gas geben. Wir haben uns ja weihnachtsmäßig da equippt als Weihnachtsmann und haben nur gesagt, hohoho, dann lief es da auf jeden Fall. Aber das ist schon ein bisschen länger her und ich denke mal, wir brauchen da bald wieder wunderbare, schöne und tolle neue Apex. Mr. Rübe zahlt man, die können mal abfallen. Ebenso sind noch weitere Fragen aufgetaucht. Wie zum Beispiel Bann werden die Invites rausgeballert, also Sonntag bis 15 Uhr. Sonntag 15 Uhr geht es los. Punkt 15 Uhr könnt ihr quasi Gas geben und sofort Alu spielen. 100 Alu, wie ihr möchtet. Und bis dahin habt ihr, also ich würde mal sagen, spätestens bis 14.30 Uhr habt ihr den Invite. Ich denke mal, ich werde so gegen 14.30 Uhr nochmal ein Video raushauen, von wegen, dass ihr dann Bescheid wisst, dass ihr Invite habt. Aber ihr müsst auf jeden Fall, schaut mal so ab 14 Uhr Sonntag vorbei. Was ist denn? Nice. Dann fällt der um, dann fällt der um einfach. Wie gut ist das denn? Ich rede die ganze Zeit so eine Scheiße dann. Also nochmal, schaut mal so ab 14 Uhr, spätestens 14.30 Uhr an dem Sonntag, wo die Challenge startet, habt ihr den Invite in eurer Tasche. Ich denke mal, ich werde noch vorher ein Video machen, wenn ich anfange, die Invites rauszuknallen. So Leute, wie gut ist das denn? Wir haben was tot, wir haben im Turm nach Jahren, nach Jahren endlich wieder was down. 2015, Hallöchen. So, klasse Magier. Richtig klasse hier. So, was haben wir? Uh, wow, 2, 3. Uh, das ist natürlich ein krasser Durchschnittsschaden, der hier rausgeklatscht wird. Ja, das ist gut auf jeden Fall, nehmen wir mit. Das kann weggewichst werden, obwohl die Spanne nicht ganz so geil ist. Und wir sind hier. Guck mal, wo wir sind. Guck mal, wo wir sind. Wir sind, oh Gott, bei den drei hungrigen Bären sind wir sogar schon. Wir haben es geschafft, Leute. Oh, wie gut, das ist ja der pure Wahnsinn. Das ist der pure Wahnsinn. Ist das gut. Ich feiere das gerade richtig. Oh, schaut mal, wie spät es schon ist. Es ist schon 23.18 Uhr. Ja, dann lassen wir wieder spät dran hier. Ich habe morgen frei. Yay. So, betreten wir dann nochmal den Turm und versuchen nochmal den hungrigen Bären ein paar Prozent abzusehen, beziehungsweise den drei hungrigen Bären. Mal schauen, was die sind. Die sind Geschick-Gegner. Ne, Stärke-Schuldigung. Gerade Geschick, nein. Das ist ein Nebenattribut hier. Oh Gott, die drei hungrigen Bären etwa auch noch. Alter, wie knapp war das denn? Der ist drin. Die drei hungrigen Bären sind auch noch drin. Ich bin gerade ein bisschen hier überfordert, was hier abgeht. Alter Schwede. Das ist ja einfach nur richtig krass. Da hat er dann schon wieder Spaß am Spiel. Ey, die sind drin, Leute. Die sind so easy, locker drin. Komm, komm, Bären, bitte. Nein, nein. Ihr müsst auf 50 Prozent Krieger. Nein, ein bisschen mehr. Oh, Mage, richtig scheiße. Ja, ja, ja. Fuck, fuck, fuck. Die sind drin, die sind drin. Die drei hungrigen Bären. Los, los. Drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen. Drückt sie mir. Wir müssen noch einen umklatschen hier im Turm. Ja. Ja. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ist okay. Beim nächsten Mal. Es ist ja... Ne, morgen ist auch noch ein Tag. Von daher machen wir es morgen. 2.23. Dort auch mal eben die Posten, die dann zusammen zocken. Schreibt Mr. XY. Moin, Leute. Das ist auf jeden Fall gildenintern. Ich lerne mal alles. Die Nachrichten sind alle so ultra alt. Und tut mir leid, Leute. Ich habe viel ins Klöchen, Popöchen reingewichst, was ich halt an Epics bekommen habe beim Epics-Event. Ich glaube, ich habe kein Epics mehr, was ich noch reinschmeißen kann. Genau. Die ganzen Epics müssen noch ausgetauscht werden. Ich habe es einfach nur reingewichst und habe gar nicht drauf geschaut, ob die Begleiter das brauchen. 487 für den Krieger. Natürlich. Wieder Krieger. Alter Schwede. Die alten dampfgetriebenen Stiefel der Zugkraft. Richtig geile Dinger. 5.000 Stärk. Was ist denn los mit den Dingern hier? Bitteschön. Das ist für einen Kundi-Kundi. Kundi-Kundi-Kundi-Kundi-Kundi-Kundi. 4.81. Natürlich. Und das ist für alle. 4.16. Alle Attribute. 4.80. 4.63. 4.45. Nehmen wir gleich 4.45 raus und dafür das. Das kann alles weggewichst werden. Alles war schon im Klöchen-Pupöchen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also brauchen wir noch ein Item fürs Klo. Klöchen-Pupöchen. Oder? Waren wir auf dem Klöchen? Alter, gleich läuft auch die Stadtwache schon wieder ab hier. Okay. Das Klo. Da müssen wir doch rein. So, den war stärker mit hier. Und reinwichsen auf jeden Fall. Dann passt es. Wenn ich noch umgucke. Das ist ein bisschen Ablenkung hier gerade. Ich muss da eben schnell meinen Fernseher ausmachen. Entschuldigung. So, reinschmeißen. Kennt ihr diese Fernbedienung hier? Das ist nicht cool. Von der neuesten Samsung-Fernseh-Generation. Samsung-Fernseher übrigens und Monitore. Ein Genuss. Weil, wie sieht es aus mit den Tränken? 24.1., 26.11., 18.1., das passt alles soweit noch. Erstmal die hier rauskaufen. Was bekommen wir hier? Nichts. Und wir können heute auf jeden Fall wieder einige Skille. Im Moment sind wir. Das passt. Begleiter sind nicht geskillt. Charakter-Skillen wir auf jeden Fall auch noch hier gleich. In der Gilde schauen wir eben kurz rein. Haben wir den Kampf natürlich gegen Tartaros. Wie es auch immer heißt. Entschuldigung. Tartaros. Und diese wunderbaren Burschen vergenusswerkeln. Wie hart. Ich kam nicht mal dran, weil ich bin halt der Beste, ne? Nice. Wie immer halt. Eigentlich stinkt. Ich stink wie eine Sau. So. Den Schlingel-Boy hier ein paar Prozent abziehen. Das ist auf jeden Fall wunderbar. Bevor wir hier reingehen. Bevor wir hier reingehen. So heißt es. Ich kann heute echt nicht sprechen. Wie gesagt, Entschuldigung für die ganzen Versprecher. Rang 21. Nicht ganz so geil. Aber wir müssen vorher noch skillen. Ich hätte auch vorher skillen müssen, bevor ich das Gilden-Demon-Portal betreten hätte. Aber Entschuldigung. Wir werden skillen. Und zwar skillen wir. Wir sind natürlich Intelligenz-Boy. 3, 7, 3, 5. Ein bisschen Ausdauer. Ausdauer muss gepusht werden. Gold-Event. Läuft bei uns. Hier ein bisschen rein. Da ein bisschen rein. Dort ein bisschen rein. Dort, dort, dort. Da, da, da. Sehr schön. Arena-Kampf gegen den Kollegen Ulti. Und wir gewinnen. Rang 21. Läuft bei uns auf jeden Fall. Und nun werden wir versuchen, hier ein paar Prozent abzuziehen. Sehr gut. Ich habe übrigens ein paar Mal, sag mal ein paar öfters schon mal, ein paar öfters mal, ein paar, wie gesagt, öfters schon das Dämonen-Portal ausgelassen. Entschuldigung. Ich würde mal sagen, so 3, 4, 5 Mal habe ich es vergessen. Entschuldigung. Jan der Hemmerer. Ich glaube, sogar Jan der Hemmerer könnte fallen mit diesem Setup hier. Und Jan der Hemmerer kann auf jeden Fall fallen. Aber bevor der umgeklatscht wird, müssen wir jetzt den bequemen Bär ein paar Prozent abziehen. Beziehungsweise in Richtung Hölle schicken oder Richtung Dschungel, wo er hingehört, damit er ein paar Bananen essen kann, wenn er auf dem Rücken schwimmt, in einem Fluss. Denn probier es mal mit Gemütlichkeit. Denk daran, ich hoffe übrigens an alle, ihr habt in eurer Kindheit das Dschungelbuch geguckt. Sehr wichtig. Muss jeder geguckt haben. Einfach nur der pure Genuss. Das Dschungelbuch. Das Dschungelbuch. Das Dschungel, Dschungel, Dschungelbuch. Das ist Bär. Bitte Bär. Bitte Bär, ich glaube an dich. Du bist ein toller Bär. Du bist so dick, du bist so schön, du hast drei Haare an dem Sack. Der will nicht, okay. Dann will er eben nicht. Dann gehen wir doch mal kurz hier hinein. Versuchen noch ein paar Tries bei Jan der Hemmerer. Ich bin gerade überlegen, welche Fragen da noch aufgetaucht sind. Also E-Mail-Validierung hatten wir. Mit den Ohren darf nichts gepusht werden. Kaufen nicht. Tränke nicht. Skillen darf man das Gold. Wann ihm Weiz rausgehauen werden. Das hatten wir auch. Ja, das ist so weit okay. Die Chance, wie gesagt, ist halt für jeden gleich. Random-mäßig ausgelost. Die Gewinne. Noch eine gute Frage und den Gewinn. Und zwar ist das so, es werden bis zu 100 Euro rausgeklatscht. Es kann sein, dass noch mehr rausgeklatscht werden. Ich weiß nicht, ob der Teranigma, der Gorgos, wie viel die noch dazu beitragen. Auf jeden Fall. Weil ich weiß, wie viel der Jodline dazu beiträgt. Ich weiß, wie viel ich dazu beitrage. Also eher drei PSCs kommen vom Jodler. Drei von mir. Und wenn der Rest jetzt zusammenkommt, werde ich den Rest noch dazu packen. Weil ich habe halt YouTube-Manager-Versuche. Nein. Auf jeden Fall. Es werden 100 Euro. Die Frage ist nur, vielleicht werden es sogar noch mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall mal Player Games anschreiben, ob sie vielleicht noch ein paar Gewinne für uns haben. Nein, ich habe keine Ahnung. Einen Sponsor dafür haben wir leider nicht. Das wäre cool so. So ein Sponsor für eine Challenge. Das wäre richtig klasse. Also 100 Euro. Und es wird so aufgeteilt. Dass auf jeden Fall jeder die Chance, der bei der Challenge mitmacht, eine 10 Euro PSC zu gewinnen. Man kann nicht mehr wie eine 10 Euro PSC gewinnen. Aber die Chance ist größer, eine PSC zu gewinnen. Bei der Gilde, die gewinnt, beziehungsweise Platz 2 wird, ist höher wie Platz 3. Ist ja logisch. Das heißt, der größte Gewinn von den 10 Euro PSCs oder von den 100 Euro geht in die Rang 1 Gilde, Rang 2, Rang 3. Aber jeder hat die Chance. Wie das Ganze im Verhältnis ist, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Euro wir haben. Also mindestens 100 Euro werden wir dann sehen. Aber es kann dann sein, dass, keine Ahnung, dass 40 Euro in die erste Gilde geht und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber jeder hat die Chance, egal ob ihr letzter seid oder nicht. Außer einer wird inaktiv. Dann ist halt raus. Aber, muss ich auch gleich noch ansprechen, was ist, wenn einer inaktiv wird in der Gilde, weil das ist natürlich schon ein bisschen krass. Jeder hat die Chance, egal ob er in der letzten Gilde ist, in der ersten Gilde ist, auch in letztem Level ist, scheißegal. Wenn jemand aktiv ist, hat jeder eine Chance, eine 10 Euro PSC zu gewinnen. Jeder, der teilnimmt. Sodass sie auf jeden Fall sehr viele Gewinne haben. Ich hoffe mal, das ist gut. Also von den 100 Euro kann nicht jemand 50 Euro gewinnen. Das ist nicht drin. Sondern halt jeder 10 Euro, damit das Ganze auch fair bleibt. So, sind wir mit Summer 23 auch fertig. Ich hoffe nochmal. Machen wir weiter mit Summer 2 UK, United Kingdom, Großbritannien, Leute. So. Hier werden wir auf jeden Fall erstmal aufs Klöchen, Popöchen gehen. Habe ich noch ein paar Epics dafür? Ich muss mal eben schauen. Ja, die Weihnachts-Epics, die müssen jetzt rein. Tut mir leid, die müssen so langsam weg. Es ist nicht mehr Weihnachten. Es ist schon 2015. Von daher, ich muss manchmal noch schielen, ob jetzt echt 2015 ist. Das ist so dreckig, ne? Die erste Zeit. Oh, wir können skillen. Unsere Begleiter. Oh, sogar zwei Level. Zwei Level. Nice. Da sieht man, ich war schon lange nicht mehr hier unterwegs. Habe nur währenddessen ein bisschen Alu geklickt. Kundi, Kundi. Der Kundi bekommt auf jeden Fall dieses wunderbare Gerät. Sehr schön. Das kann dann weg. Das kann dann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann noch ins Klöchen, Popöchen. Im Zauberladen haben wir ein paar Tränke bei ihm rauskaufen. Fehlen uns ja noch Tränke. Sind welche ausgelaufen? 18.1., 8.4. Und 27.3. Das passt auch soweit. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen beantwortet, die ihr wissen wolltet zu der Challenge. Wenn nicht, wenn welche auftauchen, auch gerne hier drunter. Ich werde auf jeden Fall die ganzen beantworten. Denkt daran, wenn wieder ein Faker unterwegs ist, passt auf. Schaut immer auf jeden Fall, wenn ich antworte, wie viele Abonnenten ich habe. Es gibt viele Faker, die sich Zuschauer-LP nennen, weil es geht ja leider durch Google. Ich habe keine Ahnung, warum. Ist halt ein bisschen kacke. Weil da habe ich es nicht gesichert. Vielleicht bekomme ich ja irgendwann in näherer Zukunft so einen Haken von wegen Name bestätigt. Also so zum Beispiel wie bei Spieletrend oder bei Ungespielt. Also oder bei Dark jetzt auch. Wenn man seinen Namen bestätigt hat, beziehungsweise irgendwie das Patent da drauf. Ich habe keine Ahnung. Er hat Patent gesagt. Auf jeden Fall, dann steht da so ein Haken von wegen, das ist der Daber von dem, bla bla bla. Wie fährt das Wort gerade nicht eben ein, weil ich eh heute so blöde bin. So blöde, Entschuldigung. Ab in die Gilde mal eben. Haben wir schon den Kampf gemacht. Das passt. Wir können natürlich noch so viel skillen. Das ist unmenschlich. Deswegen skillen wir auch. Stärke und Ausdauer muss gepusht werden. Fleißig. Stärke und Ausdauer. Wir haben keine 50% mehr doch gerundet. Schon scheißegal. Deswegen lassen wir das soweit. Wir skillen ganz viel Ausdauer. Ganz viel Stärke. Hier war auch Gold-Event. Von daher sieht man das auf jeden Fall. Wir haben einiges zu skillen. Alter Schwede. Da kann ich meinen Finger auf jeden Fall gleich mal abhacken und in den Mülleimer werfen. Nach diesen Skillen. Das ist ja der pure Wahnsinn. Und wir reden hier über Chars, die fast Stufe 300 sind. Beziehungsweise welche gerade eben die über Stufe 300 waren. Wir haben so viel geskillt. Unmenschlich. Unmenschlich geil. Meine Nase juckt die ganze Zeit. Entschuldigung. Ihr sollt aufhören, so oft habe ich zu denken, Leute. Hört auf damit. Arena-Kampf. Gewinnen wir eben. Natürlich. Sehr schön. Ab in den Dungeon. Betreten wir hier das Dämon-Portal. Sehr gut. Gilde-Dämon-Portal. Habe ich gerade eben schon gemacht. Obwohl ich ihn noch nicht geskillt habe vorher. Natürlich wieder doof. Entschuldigung. Dann betreten wir nochmal den Roman. Was ist mit dem Roman denn? Haben wir alles übrigens verzaubert, die Sachen? Sehr schön. Ich dachte gerade schon. Mr. Roman. Wir sind im 13. Stock hier unterwegs. Und Mr. Roman kann auch mal so langsam fallen. Aber der ist gerade nicht drin. Der ist ja gar nicht drin. Nee, nee, der ist nicht drin. Im Türmchen haben wir durch zwei Level mehr durch die Begleiter auf dem Fall eine Chance hier den Räuber Hopsenklops Richtung Hölle zu schicken. Und seine beiden Räuber Hopsenklops. Hopsenklops. Na, nice. Das kann heute gar nicht sein. Entschuldigung. So. Jetzt fall doch endlich mal. Komm an. Ja. Nein. Ja. 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 Dankeschön. Nice. Sehr schön. Das hat Dauert. Wunder, Wunderbärchen. Dann kommt wer? Der Löwe. Aber ich möchte mir die auf jeden Fall aufsparen fürs nächste Mal, Leute. Das war's. 21 Minuten. Wenn Fragen noch auftauchen zur Challenge, gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten. Denkt daran, wenn ein Faker wiederkommt, dann vergewaltigt ihn auf jeden Fall sehr hart. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Denn ihr seid ein Haufen super, neiser Boys. Reingau. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Nice. Tschüssi.